Ich bin Gudrun, Gästeführerin der südlichen Weinstraße und Kultur- und Weinbotschafterin der Pfalz. Ich nehme euch gerne mit, hier in meiner Region, um euch die Besonderheiten zu zeigen. Gerne auf einem Spaziergang durch die Weinberge oder auch hier auf dem Kächte-Erlebnisweg rund um den Vörlenberg. Am Abschluss eines solchen schönen Tages lade ich euch gerne ein, ein paar Köstlichkeiten rund um die Kastanie zu probieren. Mitgebracht habe ich ein Kächte-Brot und süß einen Edelkastanienhonig. Nicht zu vergessen natürlich die Kächte, die man wunderbar direkt hier mit der Hand auch kosten darf. Was darf noch nicht fehlen zum Abschluss eines solchen Tages, ist natürlich ein guter Wein hier aus der Pfalz. Und vielleicht kann ich euch ja bald hier begrüßen und meine schöne Heimat zeigen. Zum Wohl, die Pfalz! Zum Wohl, die Pfalz! Von Wohl, die Pfalz! Und ja Lo aceptet kann ich in der Pfalz! Im Verbsten, die Pfalz! Dankvoy Guerra!